Mira, hay unos más, que están llegando... ...muertos. Esos son los últimos, que están llegando. Esos son ya Kallonga, Burmo. Ruhig noch ein bisschen Stimmung machen für die Leute, die hier einlaufen, die sich hier geschockt haben. 10 Kilometer sind die gelaufen. Und das zieht sich hier durch, durch alle Altersgruppen. Da sind alle dabei. So soll es auch sein. Nicht nur die absoluten Spitzensportler, die wir hier gesehen haben, sondern ganz normale Menschen laufen mit hier. Beim 26. Bar GEK. Altgalaus. Ein paar Kollegen habe ich auch schon gesehen. Okay, die sind nicht die letzten. Esos son los últimos. Deswegen bist du nicht dabei, ne? Weil jetzt sind die normal. Ja, ich würde ja nächste Woche ankommen, ja. Minuto 44. Wenn ihr in die Lauf sitzt hier, langsam weitergehen. Nehmt die Arme ruhig nach oben. Sonst sackt euch hier der Kreislauf weg. Also Arme hoch nehmen. Freut euch, ihr habt's geschafft.